Musik Okay, jetzt bin ich wieder am Anfang, ne? Jep, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Fuck. Also Hürdenspringer wird ich laut nicht, ne? So, ob wir hier einfach auf, was rumrennt. Ah, ich glaube, ich muss hier rum. Okay, warte, ich gehe nochmal zurück. Dann werde ich nämlich einmal nochmal hier hoch. Da ist da gerade einer. Von innen verschlossen. Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch eine Tür. Wir müssen wohl einmal drum rum gehen. Ei, 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 okay. Oh, okay. Oh, come on. Oh, okay. Und zack. Das ist doch voll gut, dass ich das noch rausgekriegt habe. Das hätten wir hier die ganze Zeit ohne Karte rumrennen dürfen. Stell dir das mal vor. Jetzt sind es nur 30 Stunden. Hi. Oh Gott. Hallo. Hi. 42? Bist du bescheuert? Wir haben das Viertel nach 12. Alles gut bei dir? Hi. Ach komm. Mal das. Ich finde den Song geil. Meine Güte. Stone. Hi. Herzlich willkommen. Hi. Oh mein Gott. Was? Gab es wieder Faktoren? Betrunken, aber happy. Ich stoße auf dich an. Es gibt zwar nur mit Wasser, aber immerhin betrunken, aber happy. Du sollst doch nicht so viel trinken. Dann brauche ich ja gar nicht fragen, was es bei euch gab. Kaelin. Hello. Welcome. Autos kaputt machen gab es bei Marzia. Ah. Breakfast. Mal wieder. Nee, wir sind hier so ein bisschen am Geisterstöbern in Final Fantasy 7. Ich wusste gar nicht, dass das ein Horrorspiel ist. Das haben wir heute rausgekriegt. Verrückt. Kindergeister und so. Nicht geil. So. Boah. Ja. Nein. Nein. Oh, ich mag keine Gruselspiele. Deswegen habe ich auch letztens erst Resident Evil gespielt, aber... Mh. Was? Also, komm, ich... Ja, viel Spaß und lass dir die Chips schmecken. Schmeiß mal welche rüber. Ich habe keine Chips. Ich habe gerade nur Mandarine gegessen. Ich habe einfach nicht mal Meter. Fuck. Oh nein. Oh nein. Oh bitte. Mh. Ist das eine Pizza? Oh Gott. Ja, ich hatte gestern Döner. Ach, was geht das? Ja, richtig. Wir müssen gucken, dass Sektor 7 nicht gedingst wird. Ein Lichtgeist. Ich werde bekloppt. So, tiefer. Sag mir mal bitte. Gegen was ist der denn allergisch? Feuer. War klar. Guckst du in deinen Rechner? Da gibt es Chips. Das ist richtig, ja. Und die Seite ist sogar offen, weil der immer so warm wird. Aber der Rechner direkt neben mir, der ist geradeaus. Ich habe nur den Streaming-Rechner an. Verrückt. Immun gegen... Oh, scheiße. Wechsel zwischen seiner physischen und seiner immateriellen Form hin und her. Magische Attacken gegen seine physische Form, seine physische Attacken gegen seine immaterielle Form haben keinen Effekt auf die... Als ob ich mir das merken könnte. Ich prügele einfach drauf. Das hat die ganze Zeit schon funktioniert, ne? Ja, ja. Nicht so geil, nicht so geil, nicht so geil. Ja, so eine Schande. So. Wir brauchen Eta. Für den guten Claudi. Wir brauchen Heilung. Auch für den Claudi. Weil ich nämlich zu blöd bin. Ja, moin. Jetzt ist er weg. Oh, ich hasse ihn. Oh, Gott. Was? Lass mich raten. Au. Oh, fuck. Ja, genau. Physische Attacken bringen jetzt nichts. Das... Oh, ich bin... Habe ich noch so eine Echo-Dings? Echo-Schirm. Ah. Nachtgut. Nachtgut. Äh, Magie-Eis. Nachtgut. Sehr gut. So, Feuer. Aerys. Einmal Heilung, bitte. Hm, Cloud. Au. Okay. Feuer. Und noch mal Feuer, bitte. Immun? Hat der gerade Immun gesagt? Oh, okay. Oh, das Vieh sieht bestimmt richtig eklig aus. Mein Körper. Ich will mal gleich... Ich will mal gleich... Wenn wir den haben... Ich hoffe, wir schaffen das. Tiefer. Magie-Eis. So, Feuer. Ich will mal gleich eine Sache gucken. Ich habe ja die Deluxe-Edition... Ah, ich habe ja die Deluxe-Edition. Und da war ja ein Artbook dabei, ob von dem Vieh da ein Bild drin ist. Ach, Gott, schon wieder... Echo. Manchmal hasse ich es einfach ein... Ähm... Na, Kämpfer zu sein. Nein. Ach, hör doch auf mit dem Blödsinn. Äh, Magie-Eis. Oh, scheiße. Äh, Fertigkeiten. Rückwärtsseite. Äh, Gegenstände. Super, Trank, Cloud. Und Emma-Vita. Äh, da hinten. Feuer? Ja, triffst du auch mal. Versteck dich doch nicht hinter dem Pult. Das ist total unfair. Oh, ey, ich kriege zu viel. Was ist denn das? So, ich bin mal weg. Bashti, ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön. Wir sehen uns vielleicht die Tage wieder. Hoffe ich. Gibt's das denn jetzt hier? Ah, Gegenstände. Eta. Äh, Cloud. Nein. Ach, komm. Aerith, Magie, Vita. Cloud. Okay, Limit. Ich hoffe, ich treffe ihn. Ja, ich habe ihn getroffen. Sehr gut. So, Feuer. Kriegen wir ihn noch in Schock? Das wäre richtig gut. So, wir gehen einmal auf den Rückwärtsseitum. Und, ähm, da. Sehr geil. Okay, Aerith, äh, Vita auf, oh, Vita auf Cloud. Boah, das Vieh sieht so ekelhaft aus. Oh, es sind doch erst acht Stunden. Aua. Aua. Feuer. Feuer. So, tiefer. Gib ihm mal bitte einen E... Nein. Ach, Gott. Mist. Aua. Ja, bringt ja total viel. Danke. So, Gegenstände, Eta, Cloud. Und einmal Heilung. Okay, das bringt gar nichts. Ich habe gedacht, ich könnte damit... ...doch ein bisschen was machen. Boah, ich hasse es. Dass er das Level hier auch einfach immer komplett anders machen muss, ne? Eis. Ja, was? Cloud. Vita. Ja. Fuck. Phoenix-Feder. Ich bin sofort wieder im Chat unterwegs. So, und einmal Heilung, bitte. Vita auf Cloud. Und nochmal, komm. So, tiefer, äh, Gegenstände, Supertrank. Auf dich selber. Auf dich. So, komm, Magie. Vita. Holy shit. Ey, was ein Boss. Ich will nur daran erinnern, vorhin haben wir gegen ein Haus gekämpft. Und dieses Haus hat eben mal 20 Minuten gedauert, ne? Also, die Bosskämpfe hier, die sind echt krass. Gareth. Aua. Super. Ach, komm, schon. So. Hast du was gesagt? Ja, weil er gerade in seiner komischen Form ist. Sonst ist er aber eigentlich... Ähm... Anfällig für Feuer. Fuck, wo bist du? Tiefer... Gibt ihn mal. Kommst du mal bitte runter? Ich hab da was für dich. Ja, super. Nicht getroffen. Oh, Jesus. Aua. Äh... Äh... Äther... Cloud. Aerith... Gegenstände... Äther... Aerith. Nein, 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 nein. Oh, Gott. Wir schaffen das. Komm, 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 komm schon. So. So. Komm, 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 komm. Äh, okay, Feuer. 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 Gegenstände, Phönixfeder, Tiefen. Oh, das gibt's doch nicht. Oh Gott. Nein, ich will sie erst wiederholen. Tiefer. Und jetzt Limit. So, und jetzt kommst du. Limit. Oh Gott. Feuer. Okay, dann. Na bitte. Hau draus, was geht. So, sieh. Kackboss. So ein Kackboss. Ein Versteckspiel. Mhm. In der Hoffnung, dass euch jemand findet, habt ihr die ganze Zeit gewartet? Ah? Wovon redest du? Lasst uns zum Kran zurückgehen. Okay, also der Boss war...